Musik Da bleiben Sie steinig, ich habe mich ja richtig ausgehoben. Das habe ich ja im Osten gesehen. Ich möchte mal nämlich durchschützen. Aber jetzt sind Saftes Auffahrerplätze, kommt die Kugel. Jetzt will ich machen, ich will nicht, ich will nicht. In 300 Metern rechts abbiegen, in die Galgen-Mäcklandes-Strasse, dann ins Abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Ah, fein. Jetzt entfernt mal die Kugel. Das ist ein Rekord. Das ist es ein Rekord. Das stimmt nicht. Das ist eigentlich ein Rekord. Das ist ein Rekord. Das ist ein Rekord. Das ist ein Rekord. Schwacke, was? Jetzt den Ausblick hier. Ich würde in einem Kilometer rechts abbiegen, dann rechts abbiegen. Meilenküpfung ist ziemlich weit. Ich würde direkte, was alles aufhört. Die hat ein WTB in der Mitte. Die isch ein Wetter, das ist eine WTB, weil es andere ist. In 300 Metern rechts abbiegen, dann rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt scharf rechts abbiegen. Da fahren alle unheimlich dicht auf. Da hält man ein bisschen hinten an. Im Prinzip fast nötig. Wenn ich jetzt öfter mal nach hinten rausfälle, dann kannst du das sehen, dass 15 Meter oder 10 Meter Abstand fahren die die ganze Zeit hinten. Weil 50 bis 60 sind. Jetzt fahr ich doch erstmal mal. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. In 300 Metern scharf links abbiegen auf Leibach. Jetzt links abbiegen. 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 Erstmal halte ich hier das dichte Auffahren sehr, sehr ruhig. So, Ortsmitte ist da oben, da fahre ich jetzt an. Das muss auch gesehen werden. In 300 Metern haben Sie hier Zwischenziele erreicht. Ich bleibe mir das aufgeregt über die Gefahrer hier. Was macht dahinter stecken, diese Urlosigkeit? Das Wasen, das gefährliche Wasen teilweise, was wir alles gesehen haben. Sie haben hier Zwischenziele erreicht. Ich weiss ja nicht. Willst du euch mal überlegen, was dahinter steckt? Warum macht ihr das? So, jetzt holen wir hier oben. Falsch. Da ist die Waffe. Man kann das Leben auch genießen. Und wenn man aber so ein Brückteil bei Autos sieht, dann... Jetzt klingt es abbiegen. Ja, jetzt ist es. Wie gesagt, Asphalt bei Hasen. Da nimmt man sich die Zeit und freut sich drüber an. Da ist schon wieder ganz schnell. In 500 Metern scharf hin zu abbiegen. In 300 Metern scharf hin zu abbiegen. Jetzt scharf hin zu abbiegen. Ja, da geht das einfach hin. Da ist es in unserer Gasse. Ach so, machen wir das. Hier, Umkehrplatz für Pussel. Letzte Möglichkeit vor Staatsgrenzen. Na, guck mal. Da kann ich jetzt mal püren. Hier soll noch nicht los sein. Viel Spaß. In 500 Metern rechts abbiegen. Dann scharf rechts abbiegen. Da sind wir mit der Herr St. Oswald frei. Immer schon ohne fahren hier und ja. In 300 Metern rechts abbiegen. In die Galtenberg-Landesstraße. Dann scharf rechts abbiegen. da sind die Gasse abbiegen. In 100 Metern rechts. Da sind alle Oma相 In 500 Metern rechts abbiegen. Jetzt scharf rechts abbiegen. Mit Mixing ist da. In 800 Metern rechts fahren. Freien im Ölkreis ist Mitte 10 erstmal. Beide bekommen über die Grenze. Das ist ein Lachsort. Absteigen. In 300 Metern rechts fahren. Außer wegen. Jetzt kommt noch Sattling. Jetzt rechts fahren. Dort muss noch mehr, aber das zeigte ich nicht mehr. Ich kann nicht wissen mehr. 2,9 Kilometer der Strasse vorliegen. Ich glaube Schlingel. Da rechts. Da rechts. Da rechts. Da rechts. Da rechts. Sonst steigen. Da rechts. Da rechts drüben. Und rechts. Ah, Brenner! Ah, Brenner! Ah, ich bringe ein Freund ins Land. Ja, bestimmt 15, 20 Euro. Ja, meine... Aber wir kommen langsam hier in Deutschland rein. Ich hoffe, dass es so gekleppt. Und hier ist es wieder aufstehen. Und jetzt mal das Mutterland. Was ist das hier? Ich bin aufstehen! Ich bin aufstehen! Einmal mit dem Fahrrad. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020